Ja, oh Gott, okay, danke, huch, okay, das wusste ich nicht. Willkommen zurück zu Pony Island, Folge Nummer 2. Na, hat er gespeichert? Ja, er hat, ah, ist das laut. Gut, so, ich habe neu gestartet, ne, das heißt, das ist der eine Benutzer, das ist der böse Benutzer, also vermutlich, sind wir Gast, sind wir beschädigt, was ist beschädigt? Nein, zu Lucifer haben wir kein Passwort, zu ihm wahrscheinlich auch nicht. Das ist beschädigt, dann sind wir halt Gast. Oh, der Gast hat kein Passwort. So, da können wir immer auch kein Pokémon spielen, Komplettlösung. Starte da, klicke auf Hardware, ach, das wird wirklich erneuert. Es wird kein Passwort benötigt, klicke auf das Messenger-Icon, um wieder mit mir zu sprechen. Ich möchte erst andere Sachen probieren. Ich möchte das nochmal tun. Ob ich da vielleicht ab einer gewissen Punktzahl mehr bekomme. Es ist echt irgendwie komisch, dass das Bild so schräg ist. Ich weiß irgendwie noch, dass wir die Tickets für irgendetwas brauchen, aber ich weiß nicht mehr für was. Wahrscheinlich irgendwo am Schluss. Ja, da komme ich irgendwie nicht mehr hin. Na, schaffe ich 100? Vielleicht kriege ich mal 100 irgendwas. Nein! Dann nicht. Fehlhaft. Dreieck. Ja, schön. Fehlhaft. 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 Okay, dann. Neue Nachricht. Mächtig hier hinschieben. Bitte antworte, wenn du diese Nachricht siehst. Hallo. Gut, es tut gut, dich wiederzusehen. Dieser Asasel-Typ war verrückt. Oh. So, da hier. Du hast dich mit der ersten Kern-Data, wir müssen uns nur und so für die Bleibende kümmern. Trotz der Menge an Daten, welche beschädigt wurden. Es wird nicht einfach sein, bevor das wieder weg ist. Menge an Daten, welche beschädigt wurden. Ich habe eine Idee. Log dich mit meinem Profil ein. Das Passwort ist 2734. Ich schreibe das auf. Mit. 2734. 2734. Okay. Triff mich drüben. Okay. Tschüss. 2734. Das ist hierher geschafft. Willkommen in meinem Heim. Er hat bisher mein Kennwort nicht erraten können. Aber er hat das doch vorhin lesen können. Wie immer. Mein Plan öffnet das Durchsuchen-Proxtool. Moment. Öffnet das Durchsuchen-Proxtool. Hier. Öffnet das Durchsuchen-Proxtool. Und jetzt? Ja, das ist es. Okay. Wir müssen das Programm mit der schlechtesten Sicherheit finden. Etwas weniger als 5% erlaubt mir, ein weiteres Portal zu zweitem Kerndatei zu öffnen. Das muss unglaublich schlecht programmiert sein. Ganze zum Größten. Was muss ich denn tun? Vier. Nein, das ist Suchen. Elf. Es auf Satan. Macht er noch was? Muss ich was tun? Das ist da. Sicherheit. Poly Island-Echse. Okay. Stehst du, was das heißt? Ja, ich muss da hin und muss das wieder spielen. Ich benade dich nicht, aber es muss getan werden. Eine Poly Island und spiele es. Ich werde so schnell, ich kann ein Portal für dich öffnen. Das beschädigte Profil neben meinem sieht interessant aus. Okay. Ich wünsche mir, ich könnte mir helfen. Okay. Okay. Dann bin ich halt weiter Gast. Aber hier gibt es kein Pony Island, nur Pony Galaxy. Habe ich was verpasst? Wie war es eins? Zwei, sieben, drei, vier. Was muss ich denn tun? Finde Poly Island und spiele es. Aber hier ist es doch nicht. Was? Ich brauche dich in einem Programm mit niedriger Sicherheit, damit das funktioniert. Ja, wo ist sie denn? Du durchsuchst doch jetzt gerade hier, oder nicht? Ach schon. Messenger, den haben wir. Durchsuchen Box. Das machen wir gerade. Ich bin wieder zu doof. Was hat er hier gesagt? Das beschädigte Profil neben meinem sieht interessant aus. Ich finde Pony Island und spiele es. Passwort. Sieht interessant aus. Ja. Ja. Okay. Geschädigt. Inter... Mein Gott, ist das strange. Passwortsicherung. Gast nicht zu... Beschädigt. I am error. Das muss ich aufschreiben. Das können wir nicht merken. Lucifer hat Ponies und beschädigt hat I am error. Ist das richtig? I am error. I am error. Ja. Okay. Vielen Dank. Vielerhaft. Vielerhaft. Und sechs. Okay. Ponies. Uh. Willkommen zurück. Gehaft. Okay. Okay. Was? Die sieht da von Satan? Nicht von Katan, von Satan. Holz 10, Leben 0, Getreide 2, Wolle 2, Erz 0. Würfeln. Einnehmen. So. Kauf eine Straße. Kauf eine Karte. Würfeln. 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 Oh, ich ahnte 666, ach so, okay. Ich habe jetzt ein Dreieck und einen Flügel gefunden. Danke, wir werden sehen, ob du immer noch zu gut für mein Spiel bist. Wir werden sehen, willkommen zurück. Hi. Du gehörst nur mir. Ach so, das ist das, was er mit mir geschrieben hat. Aber, ach doch, was ich geschrieben habe, das ist ja cool, okay. Kannst du minimieren dich. Ich soll Pony-Alan spielen. Mal schauen. Warum flackert das hier? Okay. Das muss ich nochmal drücken, Leertaste. War das, oder? Sautantik. Option. Du warst fleißig. Das war ich auch. Ich habe Pony Island ein paar Verbesserungen verpasst. Der Abenteuer-Modus. Was ist eine Spiel-Design-Revolution? Bitte halte dich dieses Mal zurück. Cheats zu benutzen. Nein, ich bin ein Cheater. Ein kleiner Bug, lass dich nicht. Das war's. Warte mal bitte, ich muss das erst durchblicken hier. Das sind Portale, ne? Okay. Ne, ups, ist doof. Portal und Portal. Okay. Kommt, Herr Moros. Warum ist das so schräg sein? Das nervt mich. Das ist neu. Es gibt eine Menge an beschädigten Daten nördlich von dir. Unsere beste Chance, ein weiteres Portal zu öffnen, liegt dort oben. Spiel einfach mit. Und lass ihn... Was ist das? Das sieht ein bisschen aus wie, ähm... Hier, don't starve. So ein bisschen. Ach Gott. Was muss ich hier mal tun? Welche Taste war es nochmal? Oh. Ach so, der geht nicht. Warte mal. So. Laserstärke zurückgesetzt auf 0. Laserstärke auf 1. Loop around here. Laserstärke minus 1. Das wollen wir ja gar nicht. Plus 1 wollen wir ja immer nur. Laserstärke größer als... Warte nochmal bitte. Hallo, warte nochmal bitte, habe ich gesagt. Der macht das doch mit Absicht. Schon wieder ist die Katze vor der Tür. Moment! Okay, ich kann nicht. Wir können jetzt nicht kuscheln. Kannst du dich da hinlegen? Oh, nicht begeistert, der junge Mann. So. Laser wird da auf 0 gesetzt. Aber ich kann das doch nicht einfach hier so machen, oder? Passiert hier irgendwas? Plus 1. Was ist der da? Dann geht er da hin. Jetzt geht er da einmal höher. Ach so. Bis wohin kann ich ihn denn machen? Nee, Laserstärke größer als 5. Ich muss nur größer als 5 sein. Nee, größer als 0. Oh Gott, wieder Steuerung. Das ist ein bisschen nervig. Ich muss mit der Maus springen und mit der Leertaste den Laser machen. Ich hätte das gerne anders. Ach, guck mal, ich kann es auch mit der rechten Maus machen. Oh Gott, guck mal, ich kann es auch mit der Leertaste den Laser machen. Ich krieg's einfach nicht gebacken, ne? Ich kann den auch dauerhaft gedrückt... Nee, er geht doch mal raus. Scheiße. Ja, ich kann den ganzen Maus machen. Ich kann den ganzen Maus machen. Uwah! Maaah! Maaah! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich brauche hier noch was für... Was ist hier... Muss ich das... Haben bisher irgendwas dazu sagt? Das Level ist ein bisschen knifflig. Versuche erst ein Level aufzusteigen. Okay. Du kannst hier Erfahrungspunkte farmen. Okay. Du-du-du-du-du-du-du-du... Darf ich hier noch einmal verkacken? Ja. Okay. Wo stehen denn meine Abwarnspunkte hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht verkacken. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das Spiel nicht so... Trager brauchen. Du kannst mich mal, ich cheate. So, lass mich gucken. Plus Erfahrung auf 20, Erfahrung zurückgesetzt auf 0. Nee, das wollen wir nicht. Aber minus 20. Ähm. Wiederholen. Ja. Größer als 99. Wenn er größer ist als 99. Ja, ja, ja. Warte mal. Ja, so. Und minus 20. Okay. Da sind wir jetzt gerade schon. Das heißt, ich drücke... Kann ich auch... Ist das gut, wenn ich noch mehr hätte? So. So. Und so. So. Und so. 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 Und so. So wie ich es vorgesehen habe. Ja. Genieß die Flügel. Danke. Äh. Die große Kluft. Wie benutze ich denn die Flügel? Links gedrückt halten? Ah. Ah. Huch. War das so gedacht? Ja. Ich übe nochmal. Okay. Ich drück nix. Da. Da ist ein Ticket. Das ist ein Ticket. Ich drück nix. Ich drück nix. Ich drück nix. Und das ist ein Ticket. Oh. 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 Wieso hatte ich vorher nicht, dass ich auch noch mal getroffen werden durfte und jetzt darf ich nicht getroffen werden? Oh oh! Oh oh! Oh Gott! Ah! Ich habe nicht so viel Platz um mit meiner Maus hier im Kreis zu... Niii! Scheiße! Oh Gott, das ist knapp! Um Gottes Willen! Und es wird noch schwerer werden. Wie komme ich denn da dran? Höhle der Tränen. Es ist schön, wie die Öse und Äs nicht genommen werden. Die kann ich nicht machen, die Höhle der Tränen. Oh Gott! Nein! Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es jetzt schon. Ich werde schon jemanden unterbumes und wieder einmal auf dem домen stehen. Das ist der Stimme, der Top-Inferent 꼭chen? So? Ja, jemanden. Oh Gott! Ich habe neugierst das entendeu! Ich habe eine gute Zeit! Aufkommen! Sag ich Ship background! Okay, wenn ich nicht zu doof bin, ist es machbar. Ich muss einfach mal im Kopf verhalten, dass links springen und rechts schießen ist. Entschuldigung, dass ich meist leise bin, wenn ich dieses Level spiele, aber sonst würden wir es noch öfter spielen. Zurückgesetzt auf Null. Und daraus geht es rund um Continue in Overrage plus 1 Variation. Da war kleiner als Null. Das geht hier nur runter, wenn kleiner als Null oder ich komme von hier. Hier ist eine Matrix in der Matrix. Ach ne, hier komme ich wieder raus. Okay, wenn er jetzt hier runter gehen würde, tut er ja nicht. Kann ich nicht. Ich kann nur teleportieren oder nach rechts. Okay, oder nach links. Wenn ich den da hin machen würde. Er geht... Ne, Moment. Wenn ich jetzt hier teleportieren würde, hier hin... Was passiert denn dann eigentlich? Er geht da hin. Äh, ich habe es nicht ganz kapiert, aber es scheint richtig gewesen zu sein. Aber was ist mit dem Ticket da unten? Blutnebelpass. Oh Gott. Lol. Es ist eine Laut heraufg Sabale. ерьiz aktiv. Auf, Gott. Giust. Oh Gott. Na, na. Scheiße, scheiße. Ah Gott. Was ist los? Ich möchte gern da unten hin. Was ist denn hier? Ah, okay. Ich verstehe. Ist das im Spiel? Es ist im Spiel, ne? Ist das wieder Cheaten, was ich hier tue? Cheat hier? Büste der Sünde. Warte mal, Hand. T-t-t-t. T-t-t. Oh. Okay. Laser ist nicht so lang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, hey, hey. Warte. Was ist das? Was ist hier los? Oh Gott. Ja, okay. Okay, nochmal. Okay. Und das war mehr Glück als Verstand. Okay. Höhle der Wahrheit. Du hast dich auf der Suche nach dir, was? Du hast dich auf der Suche nach mir gut geschlagen. Gib zurück ein, um diesen Ort zu verlassen. Oder möchtest du eine Vision sehen? Ich möchte eine Vision. Ein kurzer Blick. Nun kannst du eine von den drei Fragen stellen. Wer war ich? Wann bin ich gestorben? Wann bin ich gestorben und wo bin ich gestorben? Ich hatte gemacht, wer hat mich getötet, ne? Dann will ich jetzt wissen, wer war ich. Ein kurzer Blick, erfahre ein weiteres Geheimnis deiner Vergangenheit. Dein Name war Theodor. Du hast eine Mutter und eine Tochter hinterlassen. Muss ich das mal, ich schreibe das mal auf. Hier hießen Theodor. Da ist ein Ausrufezeichen auf Winter, oder? Da heißen wir Theodori. Uns hat irgendein Abdu irgendwas geschlossen. Das ist genug. Okay. Zurück. Oh, ich sehe, wir sind ja gleich schon fertig, ne? Ich gehe jetzt hier nochmal nach links, wo wir eigentlich lang gehen sollten. Aber was ist mit diesem Ticket da unten? Moment, das muss ich nochmal zurück eruieren. Hallo. Ach, da. Was wimmelt denn da? Ticketsee, wie komme ich denn da hin? Von hier? Waren wir hier? Ich weiß es gar nicht. Ist das da unten der Fortschritt? Ja, okay. Ist das der Fortschritt? Es geht mir immer, ich bin immer zu hebelig, dass ich das alles keine kann ich hier irgendwo Nee. Ich habe eine Münze, aber wie komme ich an dieses Ticket? Kann ich das nochmal machen hier? Ich wollte noch fragen, passiert hier nichts? Ja, schluge. Deh, dein Trainien verdient, wenn wir gewinismus, sie employees tun können. Ja. Hier wird wir So, wir werden das Ticket-Konker Was war hier? Das war nur zum angeblichen Aufleveln, ne? Probier ich halt trotzdem noch mal So zu üben Oder auch nicht Hier war der aller allererste Anfang, ne? Hier ist auch Das ist, guck mal da Was ist das? Hier war ich doch nicht Hier kam ich doch nicht her Das ist was anderes So Fahren wir den hin? Was? Ich hab ein Ticket Und bin jetzt ein Mann Für den Kreuzzug Ein alternativen Avatar gefunden Okay Okay, das wusste ich nicht Oh, da Äh, nicht direkt da lang Nein, ich muss eh Das Einzelne anfingen Ticket C Aber wie? Lippen des Gerichts Hier ist auch nix Was bimmelt denn da so? So, wo muss ich jetzt lang? Hier, oder? Hier bimmelt wieder nix mehr Hä? Ah War das richtig? War hier oben nicht die Höhle? Wo muss ich jetzt hin nach links? Ja, Orientierungssinn, ne? Ihr wisst Hier Steht hier Pernde Festung Merne Okay Okay Das war's. Oh Gott. Diese Folge.